Wir tun ja schon einiges, um Ihrem Amt, Frau Ministerin, um Ihrem Amt gerecht zu werden. Und das wollten wir natürlich gerne erfahren. Und deshalb hat sich ein Kollege von mir, Klaus Brock, viele Stunden an ihre Fersen geheftet und hat mal so Eindrücke gesammelt, hat er genannt, Arbeitsalltag einer Ministerin. Ein kurzer Film, wir sehen uns ihn an und dann werden Sie sehen, wie schön Sie überhaupt im Fernsehen immer zur Geltung kommen. Müde, abgespannt und erschöpft. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger am Ende eines langen Arbeitstages, mit Terminen über Terminen, auf dem Rückweg nach Bonn. Der neue Alltag der Bundesjustizministerin, nicht selten 16-Stunden-Tage mit Hetze und Stress. Bonn, 8.30 Uhr, Kabinettssitzung im Kanzleramt. Nach Aktenstudium und Besprechungen mit ihrem Stab, der erste offizielle Termin für die liberale Aufsteigerin. Kurz vor der Sitzung noch ein vertrauliches Gespräch mit ihrem Parteivorsitzenden, Otto Graf Lambsdorff. Fleißig, sachkundig und konstruktiv, so beschreiben Parteifreunde und Koalitionspartner ihren Arbeitsstil. Noch ist alles neu für sie in der Bonner Führungsetage, aber sie ist bemüht, Unsicherheiten zu überspielen. Rund vier Stunden soll die Sitzung dauern. Dann, so sieht es die Planung vor, will sie in Potsdam einen Termin wahrnehmen. 13.45 Uhr, im militärischen Teil des Flughafens Köln-Bonn wartet seit einer Stunde ein Jet der Bundesluftwaffe bereit zum Abflug. Mit Verspätung zwar, aber immer noch im Zeitplan erreichen sie und ihr Trost die Maschine nach Berlin. Eine Reise, die Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger nach eigener Aussage am Herzen liegt, denn es soll ihr erster Besuch als Bundesjustizministerin in den neuen Ländern sein. Vor der neu gegründeten Juristischen Fakultät in Potsdam will sie über den Aufbau des Rechtsstaates im Systemwandel referieren. Den Flug nutzt sie zum Aktenstudium, denn wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden und das wie immer sofort. Und auch der Text für den Vortrag in Potsdam wird von ihr mit Unterstützung von fachkundigen Mitarbeitern überarbeitet. Der Juristin bleibt nicht viel Zeit zur Vorbereitung, denn dringende Terminabsprachen für die nächsten Tage müssen getroffen werden und die Koordination ist oft schwierig. Fingerspitzengefühl ist gefragt, wenn schon mal zwei Termine kollidieren. ...und müsstet ihr mich um halb sieben anrufen. Also Sie können ja sagen, Sie können mich halb sieben anrufen, das ist aufzeichnet. Ich wollte es mal live machen. Ja, kann ich sagen, ich hätte halb acht im Kanzler am Termin. Genau, ne. Was ich mich da raus holen, ist natürlich auch nicht so los. Ja, da muss ich auch gar nicht so fest, nur wenn es so gegangen wäre. Ja, nee. Zwischen zwei Tassen Kaffee oder so. Ja, das besser. Ja, das besser. Berlin Tempelhof, kurz nach 15 Uhr. Schon längst wird die Justizministerin in Potsdam erwartet. Für den Gast aus Bonn gibt es auch hier keine Zeit zum Luftholen. Ja, meine Magnifizenz, Spektabilität, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, meine Herren Minister, meine Damen und Herren, liebe Studenten. Ich weiß, Sie hatten Herrn Kinkel erwartet, aber in Bonn gibt es doch manchmal kurzfristige und unerwartete Entscheidungen und ich habe mich gefreut, als seine Nachfolgerin diesen Termin übernehmen zu können, weil es für mich auch eine Premiere ist, in meinem neuen Amt gleich eine meiner ersten Veranstaltungen in den jungen Ländern, in den neuen Ländern wahrnehmen zu können. Als Abgeordnete hatte ich da schon viel Gelegenheit, aber in diesem Amt ist es eine Premiere und das freut mich, dass da schon die Gelegenheit in den ersten zwei Wochen meines Amtes sich gegeben hat. 30 Minuten später, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist am Ende ihres Vortrags und scheint, so unser Eindruck, sichtlich erleichtert. Die Ruhepause ist nur von kurzer Dauer, denn vor dem Rückflug muss die Ministerin noch schnell ein dringendes Telefonat führen und das hinter verschlossenen Türen. 19.10 Uhr zurück in Köln-Bonn. Über eine Stunde hängt Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger jetzt dem gedrängten Terminplan für heute hinterher. Aber in den vergangenen Wochen, seit ihrer Ernennung zur Justizministerin, hat sie sich an das Bonner Tempo gewöhnt. Pausen gönnt sie sich nicht. Der Weg führt vom Flughafen direkt in ihr Ministerium. Eine willkommene Abwechslung vom Terminstress sollte am Abend der Besuch eines Empfanges in der Bad Godisberger Redut bilden. Doch die fest eingeplante Stippvisite muss die Ministerin wegen der Verspätung streichen. Denn in ihrem Büro im Bundesjustizministerium will sie sich den Akten widmen. Und da ist ein Ende noch nicht abzusehen. Ich...